Ja hallo, mein Name ist Java Jones von Schleswig-Hartmann TV Heute mit einem Infovideo, leider kein Rappervideo, dafür Informationen Und zwar ist die Staffel fast zu Ende Noch drei Videos, dann war's das damit Die erste Staffel ist dann vorbei Aber es gibt noch einen kleinen Bonus Und zwar ist es das endgültige Finale Wir wollen nur noch drei oder vier Videos machen Also drei Videos von Rappern auf jeden Fall Sehr gute Rapper werden kommen Und das vierte Video wollen wir einen Bonus-Track machen All-Star-Video Natürlich mit Cuts diesmal ohne diesen ständigen One-Takes Aber dafür müsst ihr abstimmen Facebook, Stressjagdmann TV Einfach mal reingehen, wir machen eine Umfrage Gehst du hier auf diese Seite, musst du einblenden, okay? Natürlich rotet ihr, ja oder nein Wollt ihr einen Bonus-Track? Wollt ihr ein Ausfall-Video? Das liegt an euch Und hiermit verabschieden wir uns Stressjagdmann TV Team Und Einfamilie Team Bis dann Huhu uhu Cs Das liegt aus dem Was ist das ist das? Wollt ihrけど Untertitelung des ZDF, 2020